Ich bin Skaff, unterstrich Hüpferkohlfreund. Hallo, ich bin Skaff. Oh, euer Skaff, Leute. Falls ihr euch fragt, warum ich so eine komische Stimme habe, ich habe keine Ahnung, warum ich so rede. Leute, falls ich jetzt einen Zuschauer habe, bin ich noch nicht so ein Live-Chat schreiben. Jetzt kannst du ein Live-Chat schreiben. Ich finde es unfassbar, du kriegst direkt einen Stream-Status-Zuschauer. Ich mache ein paar Stunden keine Zuschauer. Meine Leute haben... Oh, ich habe schon die ersten Zuschauer. Moin, moin, was geht? Bananen. Also, ich habe jetzt schon vier Zuschauer. Wie geht es so? Ja, Bananen, gut. Bis auf, dass du nie reinkommst, wenn ich dich einlade. Henry, hi, was geht? Oh, man. Aber viele meiner Leute haben auch einfach die Glocke aktiviert. Aber ich tue auch was dafür. Ich lade dir eher täglich ein Video hoch. Also, ja. Hey, ich auch. In letzter Zeit. In letzter Zeit. Irgendwann hörst du wieder auf. Das sage ich dir jetzt schon. Leute, ich spiele Prinz Arena aus dem Motiv. Also, ich spiele die Punkte. So. Leute, falls ihr das Video noch nicht... Hashtag lockert tief. Leute, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich euch, also wie ihr mir Fragen stellen könnt. Das ist ein ganz einfaches Paladins-Video, Leute. Ihr braucht euch nicht zu einer angucken. Könnt ihr euch einfach angucken. Hauptsache, es sind keine privaten Fragen. Äh, Fragen. Könnt ihr einfach eure Fragen in die Kommentare schreiben, falls ihr noch ein paar habt. Morgen kommt das Fragenbeantwortungs-Video. Achso, Leute. Ähm. Ich hab's ja schon gesagt, aber ich spiele ja... Gerade mit Ska, also mein Hashtag lockert tief. Leute, alle, die die Glocke aktiv haben, schreibt mal bitte in den Lifestyle-Hashtag-Glocke-Aktiv. Ich hab ne Pump. Alle wissen, ich bin schon... Ich hab Fragen geschrieben. Ich weiß, Leute, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, also noch mehr Fragen zum Beispiel, könnt ihr die in die Kommentare schreiben, weil ich hab noch keine Ahnung, wie ich mit so wenig Fragen... Also, Leute, es sind schon wenig eigentlich. Ähm, Nick-Michael. Wie ich mit so wenigen Fragen eigentlich auch... Also, das Video machen soll. Ob ich jetzt einfach einen Teil des Videos damit verbringe, die Fragen zu beantworten, denn das dann so mach, oder... Leute, ich weiß es nicht. Schreibt einfach, was haben wir Fragen in die Kommentare. Ähm, ja. Was für ein Läuftchat, kommi, Alter. Jeder muss insgesamt ein paar fünf Fragen beschreiben. Ja, richtig. Aber Leute, ihr könnt so viele Fragen stellen, wie ihr wollt. Hauptsache, es ist nichts Privates. Da kommt die dünnste Frage aus der Welt. Naja, ich hab schon ein paar private Fragen erhalten. Ich hab sie nicht gelöscht, ich werd sie aber wahrscheinlich auch beantworten. Was ich an Video, äh, äh, ich hab ein Video... Bei mir ist Gegner. Reifed, Reifed. Okay, lieber. Oha, er wurde mir so hart abgestoppt, ne? Von wo? Bei mir ist Gegner. Ich in Snipey. Von der Scheune. Ich weiß. Warte, ich werde ihn mit der Heavy holen. Leute, der war auch immer mal krass abgestoppt, ne? Leute, jeder, der erst gesehen hat, schatz in den Live-Chat. Ja, er trifft natürlich den Headshot. Ich hab schon keinen Bock mehr. Leute, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf das Spiel. Leute, wenn ich zu laut bin, dann schatz in den Live-Chat oder wenn ich zu weit bin. Natürlich. Ja, das ist immer bitte dein Spitzerskann. Ich geh jetzt auch gleich. Leute, ich geh jetzt absichtlich nicht, jemand spinnt, weil jemand eine Frage gestellt hat, wo ich mein Spinn zeigen soll. Das werde ich dann noch tun. Die Anwärter-Liga ist nicht okay. Kappa. Oh Mann, aber nicht, weil man die ganze Zeit verliert. Dann ist es nicht okay. Weiß geh ich. Jetzt hab ich wieder überhaupt keinen Zuschauer. Stehst du? Weil jetzt entweder jeder zu meinem anderen Video geht, oder keinen Bock mehr auf mich hat. Oder und sie zu mir rüber gehen. Ne, gehen sie nicht. Ach, schade. Das schwöre ich dir. Fast keiner von meinen Abos hat dich abonniert. Da gebe ich hier Brief und Siegel drauf. Vielleicht LRTV und vielleicht auch Night Gaming, weiß ich nicht ganz, aber kaum jemand. Schade, aber egal. Und jetzt erhalte ich wieder so, jetzt erhalte ich einfach wieder so 10 Millionen Fragen, ne? So wie im letzten Video. Ich musste im letzten Video fast zwei Teile machen, so lange war das. Schade, dass Knacks noch nicht da ist. Schon traurig. Leute, warum habt ihr eigentlich das Loading Zeichnen in den Chat gestellt? Wer auch immer noch da ist, mach mal bitte Hashtag Kitty in den Chat. Danke. Ich frag mich, wo man eigentlich mal ein Nightbot ist. Ich hab nämlich eigentlich ein Nightbot. Hm. Oh, da kommen schon die ersten Kommis rein. Oh, 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 oh. Leute, wie gesagt, wer auch immer gerade im Stream ist, mach mal bitte Hashtag, also mach mal bitte Hashtag Katze. Und dahinter so ein Katzen-Emoji rein im Karton, so ne Weiße. Danke. Damit ich sehe, dass die Katzen-Army noch lebt. Yanke, hm, keine Ahnung. das werde ich im nächsten video sagen auch noch heute gibt mal aufs hier ins kanal und abonnieren ja holly leute geht mal alle auf teams kanal abonniert ihn wie heißt der kanal noch mal das ist groß leute hat cool ultra bitte alle abonnieren herz und glaube ich danke du hast glaube ich doch so ein linie als profil g nein bitte nicht neid bot er doch leute neid baut wird eine hilfe sein denn ich werde neid wird einstellen aber leute alle mod an alle modis also in alle moderatoren in dieser plästischen gewollt hinzugefügt werden was ich eigentlich nicht wollte ich habe die ganze leute das geht jetzt an alle moderatoren ich weiß nicht ganz ob ich mir neid bauten machen aber wenn ich mir neid baut mache nehme ich euch kein moderator weg sondern ich lasse euch moderatoren und vor allem wenn jetzt zu viel mein chat los ist oder so oder mein neid baut er kann ja kicken und alles aber ihr könnt selbst auch in den chat schreiben und ja auch fahren das heißt wenn ich zum beispiel ich hoffe jemand band neid baut geht nicht ganz einfach kann man nicht baut den abonnieren ich hab mir so gut ich hab mir jetzt auch gegner ich weiß sogar oh mein gott der gläser das ist ja gut geht es wieder leute jetzt tritt er will ihn hat schon erst hier war ja vielleicht aber hoffentlich bekomme ich den ok leute also er braucht diese abos wirklich mehr als ich aber trotzdem für alle die jetzt noch mal nutzen wollen leute ihr habt euren job natürlich immer noch es würde mich auch freuen wir weiterhin für mich diese moderatoren seite mir auch weiterhin im stream helft aber leute ein neigt wort ich brauche neigt wort weil wenn ich kann ich habe und zum beispiel jetzt kein moderator mal im chat ist und ich vielleicht irgendwann habe ich die 1000 abos ja auch vielleicht und wenn ich das zum beispiel jetzt mal ankomme ruhig über das nicht nur meine roten moderatoren schenkel verlass mich noch mal meine moderatoren und macht überhaupt nichts also nicht überhaupt nichts aber zum beispiel ich habe die 1000 abos und ich habe kein moderatoren die mir irgendwie im chat helfen und ich habe nur ein neigt wort der jetzt im chat ist leute er wird eh nur wahrscheinlich aufs das könnte auch machen und er geht ja auch immer wenn er denkt ne neigt wort es ist zu schlimm dann könnte er ist er könnte sie ja kippen also ja er nimmt bestimmt nicht euren job weg aber jetzt laber ich nicht so er kann auch mal wissen wir uns habe ihn gefunden okay leute könnten gerne abonnieren er würde sich über jeden abo freuen und so ein Bruder schenke auch warte ich kann wenn sie kommt es wieder lesen wenn ich mein Handy mal zu finden und geht es will denn nicht werden bleiben keine Werbung posten ja in der ganzen Welt um derjenige der die ganze die Gruppe schreibt den wer ist gleich ich bin ich konnte ließen also auf das ist ein bisschen er hat bei diesen Gegner ich weiß leute also gemacht der welt herzlich mit einer grau und allen anderen leuten henry schreibt regeln nicht bleiben nicht beleidigen posten leute ihr habt nicht die regeln studiert es gibt noch eine regeln und zwar nicht immer die regeln posten so ein klub von krebs fernklub warum hat er moderat ich habe noch nie mann stürmer sehen wie kann ich diese dänen lassen hallo und kann ich kaputt fernklub bisher zum ersten mal zum zweiten ich habe keine ahnung ich habe irgendwelche leute manchmal moderat gegeben wirst du was auch letztes schon mal im stream hast du dich umbenannt keine ahnung oder bin ich einfach nur dumm gerade auf jeden fall es gibt zum beispiel auch regeln bei mir man darf jetzt nicht die ganze die regeln sp man darf hier zum beispiel auch nicht die ganze zeit morgens im chat spam emojis und alles ja okay ich weiß nicht nur eine ps4 gruppe verlässt du gehst auf dieses ich hab nicht ich hab mich umhundert okay du bist auf diese du gehst erst auf die startseite wurde diese ganzen chats auswählen kannst dann drückst du dann drückst du options und da steht verlassen okay leute er hat sich um und hat okay jetzt drei zuschauer leute ich habe mir übrigens voll ab lachen gekauft so und so und so älteren weißt du welche äh tänze und alles ich schon lange nicht mehr im shop gesehen habe den hier und den hier ich hab irgendwie das gefühl dass die og sind leute schreibt man in den chat sind äh ist der tanz oberflächlich und sei ähm seiter applaus eigentlich og schreibt man in den chat was ihr denkt und dann bin ich jetzt danke für drei letzte auf den spiel und für die 58er bus warte bin ich der letzte mann stream oder gibt es da noch jemand wenn ihr schreibt man in den chat das stück ist ach ja rechtschreibt fehlern titel abknackst blöcke ja abknackst block ist das jetzt so schön dass rechtschreibfehler am titel sind aber auch noch keine ahnung leute wenn das so schlimm ist dann muss sich das hier unbedingt ändern abknackst okay okay da ist so dass ihr mann sascha mit dem achten anbieter als mutiger hat sie gerne bananen nennen dass bananen unterstrich aus unterstritten vorzunehmen zwar werden mit der rau die machen die jungen ich mache es viel aber egal mein Bruder also boxen das Wort ich hab letztens irgendwie 41 Boxen geöffnet und was das klar und da hast du nur das war es doch egal das ist wirklich so leute ich verstehe ja meine einzigste war feuerpunen kann ich mich gleich zum töten hinstellen ganz ehrlich zwei schloss hier und ich tun wenn er kein schild hat aber trotzdem sie schlagt wenn ich dann falsch ausgesprochen habe jetzt habe ich leute ich kann mich eigentlich kann ich mich herausstellen auf die straße und einfach verrecken ganz ehrlich warum müssen die gegner immer eine pump haben ich habe jetzt auch eine pump hat dir das geholfen ich muss erst mal meine lampe weißt du wenn ich meine lampe angemacht habe ich mit schwitze das hast du auch schon bei deinem skin hat mir gesagt ja warte ich muss kurz die teller rausbringen denn gleich wenn du da nur teller rausbringen warum denn auch nicht ich muss kurz nur teller rausbringen warum denn auch nicht das ist ich muss kurz was überprüfen okay wenn er bereit machen würde hier alles gut das was ich verstehe warum bringt man da raus zum trockenen oder was kam so jetzt muss ich mir mal gucken mal erst mal endbereit erstmal lebkuchen frau der wassertanz passt nicht wie lange streamt ihr noch so hört mich bitte auf das immer zu fragen danke Leute ich wenn ich keine Ahnung habe wie lange ich streame ich habe gerade angefangen ich weiß nicht wie lange ich streame und wie lange ich noch bock habe aber wenn ich keinen bock mehr habe höre ich auf zu streamen ganz einfach hey 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 Leute morgen es geht äh ich nehme mal die kuchen Leute natürlich ist Muskelkater Lebkuchen warum denn auch nicht hier alles gute Muskelkater ist Lebkuchen-Kapper äh wie war das dann auch immer noch nicht muss eigentlich los will aber gucken sorry es sollte nicht nervig sein egal es ist nicht nervig aber naja ein bisschen doch Leute schreibt man äh eine Bewertung von 1 bis 10 äh sitzlok moinsen was geht Leute schreibt man eine Bewertung für den eigenen shop in die äh in den live chat 1 bis von 1 bis 10 rotz finde ich also ich finde ihn rotzig ich würde sagen wie geht's dir mir geht's gut Leute und falls das ist eine Frage an euch alle also an den anderen war sorry äh Leute schreibt bitte mal 7 von 10 Leute ich sag 0 also Leute ich sage ehrlich gesagt du kannst mitspielen du kannst mitspielen ich sag 1 von 10 ich sag 1 von 10 ich sag 1 von 10 haben die Suppen geholt mhm 10 Leute sag 1 von 10 da schaut es einfach grottig naja 1 von 2 von 10 Leute 2 von 10 das sind geil bei mann paar waschen fallen ich feiere äh ich feiere die Skins irgendwie das Ding ja Leute ich hab Oro falls ihr den sehen wollt ich rüste ihn jetzt nicht aus dann geht's aber mein YouTuber Spaß Leute ähm ich hab nämlich überhaupt keinen Bock gerade Oro zu spielen ich weiß ganz genau wie es man mhm Leute werden immer also Leute werden im Moment vier Zuschauer ich hab null glaub ich Leute schreibt mal bitte äh also Leute macht mal mal bitte nach und zwar für alle äh also für alle die wahre OGs sind wissen was die Katzengang bei mir ist das geht so also es dürfen nur die wahren OGs aus meinem Stream machen nicht ich hab meine Zunge verbrannt hast du gut gemacht weil die Suppe ist in mein Glas ich trink die Suppe nicht aus dem Teller sondern aus dem Glas ok ok wir haben es bestanden Leute ähm wer auch immer Leute ich hab jetzt gezeigt wie das geht und was also was dafür ist äh was ihr davor tun musst und ja wenn ihr aber OGs hat dann schreibt bittet genau das leider kann die Leute wenn ihr äh war OGs seid wisst ihr was das für ein Zeichen ist und das hat die Katzengang von mir die hab ich mal gegründet irgendwann keine Ahnung und jetzt hab ich halt ähm ja wer sowas in den Chat schreibt ist in der Katzengang also besser gesagt in dem Katzenclub bei mir also ja ja Leute wer von euch hat eigentlich Bock dass ich neigbote mein Chat ähm reinkriege schreibt man den live chat ich 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 und sind natürlich darfst reden sagen ja Leute wahrscheinlich bringe ich auch neigbote rein aber nur wenn ihr es nicht wirklich wollt weil ich mache auch nochmal eine Abstimmung dazu ähm im Chat ähm im Video Leute irgendwie bin irgendwie hab ich das Gefühl ich bin dumm ich hab irgendwie nur diese Standards ähm hier Poster würde ich jetzt nicht sagen aber irgendwie habe ich nur diese Standardsachen zum Beispiel von den Emoji Stickern Irgendwann hab ich das Gefühl wir sollten eigentlich alle irgendwelche anderen ich wünschte ich wäre es ich hätte den season 3 was ich kann mir heute noch kaufen diesen 3 was gibt Leute die verkaufen den ich weiß ich hab nen Account gefunden von jemanden der Fortnite und alles hasst ne der Account wer verkauft sein OG Account also der verkauften OG Account für 5 also für 80 Euro das ist äh ist 8 HP das ist von season ähm das ist von season das ist von der season 1 bis zur also bis zu season 9 alles drauf du bist glaubt ja ich weiß okay aber er ist komplett scheiße ich leider auch Leute hab keine Moon mehr du kriegst das Mad Kid aber ich krieg den Mooni pff meine Zunge ist einfach nur verbrannt Leute seine Zunge ist einfach nur verbrannt alles gleiche Leute jeder der es nice findet dass er seine Zunge verbrannt hat schreibt mal mit der Hashtag nice in den Chat Danke das ist komplett scheiße meine Zunge ist wie keine Ahnung Hashtag Katze Henry du bist ein wahrer OG erinnert du dich an früher wo ich noch diese ganz ganz wenigen Leute hatte da hab ich die Kerzen gern gegründet hast du Pam Cammon hast du Pam Cammon hast du Pammon hallo hast du Pam danke so hier sind hier sicher geschick was h d ge�hh es schied schied den Ashtag mit Leid alle bitte Hashtag mit Leid wer hättest du mich wöhnen sie wird so wie erzüglich vorangegangen Bananen weil so Gegner hier. Sie sind eh sicher, wenn sie kommen. Ich möchte aber nicht... Warum nennst du mich so Digi? Naja, weil du Fortnite und alles so heißt. Hier ist der Sicherheitsraum. Raus hier. Ja, das ist einfach... Nein, nicht raus. Duck dich und lauf so. Duck dich und lauf so. Dann sind sie dann steps nicht. Leute, aber wir sind Naturschüsse. Sie kommen. Sie müssen hoch. Hab einen. Danke. Ja, der Headshot in der einen Headshot. 26 HP. Junge, ich hab ihn halt in einen Ghosted Headshot gegeben. Was soll ich tun? Der vorab direkt hat schon reagiert. Der wieviel Zuschauer? Leider nur Zuschauer. Leute, ist vielleicht wieder da? O.T. ist gleich wieder da. Mein Zunge brennt einfach nur. D2. D3. D4. Der hat mich bei another. D5. Das war's. 4 so hat er wieder da ein was bereits haben Tim, hallo Ja, Leute, okay Ich will den Shop zum Kotzen Boah, so gehofft So, Leute Ich hab keine Ahnung, ob ich das Genick nehmen soll Ich hab Milch getrunken, jetzt tut's viel besser Oha Na gut, jetzt brennt es wieder Bitte macht bereit Ja, bin ich doch Leute, wenn ihr wisst, was ich mir gerade denke Ich hab nur ein Paket Also wo mehrere Skins waren gekauft Das würde ich mir so gern kaufen Komm ich aber nicht Ich find die Hi, so fort als Sascha 2008 Und ich bin eine So hieß ich früher Aha, also soll ich dich jetzt Sascha nennen oder was? Also Sascha, wenn ich dich jetzt Sascha nennen soll, dann schreibst du bitte in den Chat Hashtag ja und wenn nein, dann Hashtag nein Und wenn Hashtag nein, dann schreibst du bitte den Namen Ist egal Okay Hey, was geht? Hey, Muspa! Äh, hier, wenn du, also Muspa Duspa Army, wenn du weiterhin im Chat aktiv bist Und auch im Streams aktiv bist, ähm, wirst du demnächst Moderator bekommen, es sei denn, ähm, es sei denn, ähm, hier, ja, es sei denn, äh, ich hab gerade seinen Namen vergessen, ist aktiver und dann kommt er Moderator. Ich hab nur ein paar Leute, wo du gerade warst. Woher? Französische Farm. Ah, das, das ist Agenturi, das ist die Französische Farm. Das ist Plasens. Plasens ist Plan. Das ist Sharky, Darky. Das ist Sweetie. Wenn du mir jetzt jeden Namen hast, lässt du dich? Nein. Ja. Ich sehe wieder ein Lama. Leute, er hat so unnormalen Lack mit Lamas, ne? Ich bin einmal, das ist das erste Mal passiert letztens, ich bin Sweetie gelandet, finde auf meinem Dach ein Lama und finde auf der Straße ein Lama. Und danach finde ich am See ein Lama. Alles in der Nähe von Sweetie. Und da finde ich beim Reaping nochmal Lama. Reaping heißt das. Ich denke, das ist wirklich, ne? Ich hab C4 geprägt, weil ich C4 hasse. Oh, Lila auch. Es gibt immer noch C4? Tim? Ja. Es gibt immer noch C4? Ist schon ein Monat her, dass ich C4 das letzte Mal hatte. So. In ungefähr. Du hast Lack. Ich weiß. Und ich hatte Lack, dass ich den Gegner hier entdeckt habe. Ich bin jetzt noch ein Biggie. Und der Gegner hat beim Neue eine. Die Karte hat uns das. Ich habe das auch einzig. Ich habe den Garten, ein Blatt. Ich habe mit einer Blattd haste Arbeit. Das geht um die Blattd haste. Das ist ein Blattd haste. hab noch ein ich hatte auch noch mal ich habe gerade drei Leute gekillt bei mir ist einer der ist gut der ist gut ich habe mir nichts für dich wenn wir das überleben ich komme ich lese ihn von oben weg wie viele einer hat mich verhärt hat aber heftige hits kassiert er kann dann haben 22 22 er ist der beste hat ich werde mit euch noch niemand von euch hat das gesehen dass ich ihm 3 22 gegeben habt wow die lache leute ich werde es von ich möchte mit euch dass ihr es noch nie gesehen habt mit gleich wieder da leute besser gesagt ich bin die ganze Zeit hier ich rede jetzt mit einer keine Ahnung fünf Sekunden nicht was weiß ich denn ich muss was trinken 3 22 warte mal ganz kurz die 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 da die 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 2 2 1 1 ja hast du noch immer deine zwei mäuse oder ratten was auch immer aber es sind keine zwei mehr ich bin nicht drunter ja wie er getroffen wird ja Leute ist halt so wenn man mit Unverwundbarkeit vorangeht ne ja aber ich habe eine Erfreude also Leute falls ihr so ein Spieler seht namens äh Allostelf Allostelf dann meldet den unbedingt denn er hat wirklich Unverwundbarkeit jetzt mal live chat kaputt ich weiß ich habe ihn so viele hits gegeben eigentlich wäre er tot Junge ich habe ihn 322 was will man sagen und ich habe ihn ein Headshot und noch zwei Body Hits gegeben wenn er jetzt von Fortnite gebannt wird dann verkauft man Fortnite Account wer getroffen hat dann würde ich gerne kaufen ähm ja ja kannst gerne kaufen ich verkauf meine Account für 112 Euro da ist vielleicht 120 weil ich ein paar Sachen auf meinem Account habe die es jetzt nicht mehr gibt und noch mal 20 obendrauf Marshmallow hab ihn gerade getroffen hab ihn gerade getroffen vor 10 ich schon gemeldet ok ok für ein bad wann Leute verkaufen Fortnite Account nur wenn der Typ jetzt nicht gemeldet wird ne also wenn er ich meine wenn der Typ jetzt nicht von Fortnite gebannt wird was ein Lappen ich wollte da lachen Leute ich hab jetzt schon keinen Bock mehr aufs Lobs 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 oder dunkle Stadt darauf habe ich überhaupt keinen Bock Leute ich hab so gar nicht danke ich hab jetzt ja der Land gerne Leute ich liebe jeden Ort ne bis auf Weeping und Slurpee das sind so die dunkelsten Orte und ähm hier The Rig das sind so die dunkelsten Orte nicht ausreichend auf und umgebracht das ist die nirgendwo älter der ort dann hat sich noch Prozent sie einmal und die Kasse ich nicht noch ein Lama finde ich nicht als dort leute ich mag um das wissen ich mag um aber aus wie die Sitz okay und schaffst gar nicht mehr holly alle auch jetzt kann Bock mehr dieses spiel ein tag nämlich im jump hat nämlich ist das ist ja nämlich nicht meine leute ist scheiße ja bei mir gegner so im haus hier ich mag die dunklen orte nicht so ein vorteil mal nicht kommst du einfach nicht hier hat es ist okay okay leute mal leicht schon wieder kaputt was denn das ein steif ist nix in diesem film hier siehst du mach rein dass wenn man aus arena rausgeht dass man sofort bereit machen kann ist so jetzt habe ich mir gefühlt mein finger gebrochen meine ohren so leute es muss sein das war jetzt ein kleines kratzgeräusch kleiner nachteil wenn ich mir jetzt hörte mich leiser sorry leute ich rate euch immer meine streams nicht mit kopfhörern zu gucken und vor allem ja weil es mal sein kann dass ich brülle und wenn ich würde wenn ich brülle wenn ich mal anfangen zu brüllen dann eure ohren tot dann kommt ein dinosaurier raus leute wie gesagt falls das noch getan hat könnte gerne des paladins video reingucken wo ihm fragen stellen könnt wie gesagt schon alles was nicht privat ist beantworte ich es sind ein paar private fragen drin die sind von hier wo ich vergesse ich bin so dumm von den költen leute normalerweise vergesst keine namen von euch zu schauen aber jetzt schon hier die heißt im moment maus unterstrichen und botz auf youtube auf jeden fall die meine ich leute diese frage nicht löschen weil die will ich noch beantworten kann ich gleich mit hoffen habe kein headset mehr ist kaputt gegangen beim zocken aber ja hast gegen die wand geworfen hast du gut gemacht du bist nicht dumm ich weiß leute ich bin nicht dumm ich bin sehr dumm ich bin dumm ich bin so weit mir von lebkuchen nicht die pick und hängler ich habe von lebkuchen dem mann und die frau und 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 ich habe ich habe ich habe gesagt ich habe ich mache ja ich habe gesagt Leute ähm Lidertag das sind alle hocks jetzt das ich habe aber mit einer pompe wäre ich zufrieden ja jetzt habe ich auch eine haare grüne so süß wie du karamellbonbon warum hast du dieses lied in deinem video reingemacht jetzt habe ich das für ein rohrwurm so süß wie du haare karamellbonbon ab einen ähm 2 2 ok 4 2 5 ja ok erst mal noch ich bin da ich bin ich ne 5 hier 7 wir sind also ich kann mich nicht daran erinnern dass ich da so was gesagt habe nee nee das hat sie gesagt Leute hier Gigi hat sie gesagt so Gigi mein Freund das habe ich nicht gesagt das was du Gigi nicht verschwinden Gigi das warst du der hat gesagt was ja Gigi brauchst du nicht verschwinden das warst du persönlich wird immer meine Fragen auffreund es liegt der war unten und auf einmal oben ist es hat gebackt leute haltet euch mal bitte jetzt kurz die ohren zu wer es nicht tut ich komme für euch nicht auf ich habe euch gewarnt das war nicht laut okay muss muss man auch werden aber richtig laut Ich hasse es, wenn ich mich doppelt höre. Leute, wisst ihr eigentlich, wieso ich nie meinen Stream auf laut habe? Ich weiß, dann hört man alles doppelt. Leute, wisst ihr eigentlich, wieso ich eigentlich so meine Videos oder meine Streams generell immer auf leise habe? Oder wenn ich auf meine Videos reagiere? Erstens, weil ich keinen Bock habe, mich selber im Stream zu hören. Das Erste, was ich in dem, wenn ich im Apokalypto-Klamm bin, das Erste, was ich frage, ist, könnt ihr mit Puschen? Ach so, ich sage immer, muss, 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 das ist Mupps, okay. Mupps, okay. Da, oder? Also, äh, Secret rausgefunden. Ähm, Mupps Bar heißt Mupps Star und nicht Mupps Bar. Okay. Mupps Bar. Du kriegst 100 Euro, wenn du dieses Wort eine Million sagst. Eine Million mal das Wort. Wenn du eine Million mal diesen Namen sagst, dann kriegst du von mir 100 Euro. Viel zu wenig. Das ist wahrscheinlich heiser werden und meine Stimme, wenn er, äh, ausgetauscht werden müssen und alles, also ja, dafür also ein Tausend nicht aufreicht, weil es wie viel zu viel kostet. Eine Million. Ne, aber weniger, aber. Wie, aber. Was? Stefan Lass. Was? 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 Oh mein Gott, 4 Leute hierher. Ihhh! Geh weg! Geh wir weg! meine Waffe ist Kartons! Ne, Ben! Warum krieg ich da auch nie eine Waffe? Ich dachte, ähm... Können wir bitte etwas anderes spielen? Gerade nicht, ich hab keinen Bock, ich verliere nur Arena-Punkte. Die Hunde... Krasse... Ach so, die Hunde rausgekommen. Äh, äh... Können wir Dua vs. Quads? Ja, können wir. Leute, wir spielen jetzt Dua vs. Squads und wir werden wahrscheinlich sehr, sehr schlecht spielen, Kappa. Ohhhh... Nicht irgendwie langweilig, mein Life-Shit. Leute, wollt ihr euch gefragt, was das war? Ich hab mich gedehnt. Mein Life-Shit ist leer. Bis jetzt aus, äh... Ey, Mops hat... Äh, die Hunde raus, du dich gesucht, heißt Mops, aber egal. Ich weiß... Mops ist ein Fortnite. Na, Mops... Ist ein... Mopser heißt der. Nein, Mops sind in Fortnite... Warum sag ich Fortnite in Minecraft-Mops? Äh... Frag... Leute, äh... Was denkt ihr, was wird beim nächsten Minecraft-Update auch noch alles reingepauscht? Bis auf das Nether-Update. Jetzt einfach mal die Code darf mitspielen. Hab ich schon die 60? Nein, mir fehlt ein Abo. Ne, Mopser, du brauchst dich nicht doof fühlen. Es ist einfach nur so, die Rasse heißt Mops. Hä, er kann sich immer umbenennen. Du musst einfach auf so'n YouTube-Channel gehen. Dann steht oft da ein... Vögel. Dann steht da neben seinem Namen ein Zahnrad. Da musst du draufklicken. Ja, er hat gerade was im Chat geschrieben. Ich weiß, was man machen muss. Er hat ja auch erklärt, dich hört man ultra leise im Stream. Dann mach ich mich jetzt ultra laut. Ähm, ich ultra laut. Das bekomme ich... Boah, dann bekomme ich... Maaa, Bubble! Dann... Ach so, dann bekomme ich nämlich, ähm... Also es könnte dann sein, dass mein Trommelfell nicht mehr gut ist. Es gibt ins Team auch mal bereit. Das ist mein Trommelfellplatz. Dann könnte ich dich dafür anzeigen. Und du müsstest dann eine Entschädigung geben. Und dass ich eh... Okay, ich... Ich... Ich geb dir mein Trommelfell. Ich brauch eh nix. Zum Herrn. Nein, was nicht. Aber... Mein Trommelfell ist sowieso schlecht. Zwei Zuschauer. Okay, ich lese kurz den Live-Chit. Moment... Was mach ich da? Scheiße! Was machst du da? Huuuuh... 200 IQ... Äh... IQ hast du. Oh, danke. Ich hab echt 200 IQ. Leute, ihr seht, wo ich drauf bin. Macht bereit, bitte. Ja, sorry. Ja... Hier, ich bin jetzt ein Adler. Miau, miau. Warte, ich... Ich mach den passenden Skindle zu. Wenn du nämlich... Faxen machst, dann kannst du... ... hier unten reinholen. Leute, ihr habt... Äh... Ich hab einen Skindle-Wunsch. Das ist zu doof. Mupps, da hast du gesehen, was du da erreicht hast? Er ist vom Vogel geworden. Aber ich glaub, der Nummervogel. Er ist Flamingo. Ja, Flamingo. Ich bin Flamingo, der Adlerbewegung macht. Leute, er hat den größten OG-Skin. Flamingo ist kein OG-Skin. Danke für die 4 Likes auf diesem Stream! Danke für die 4 Likes auf diesem Stream! Weißt du wie viele Likes ich auch im Stream habe? Nein, äh, auch 4 Likes habe ich gesehen oder 5? Das ist aber egal! Ja, sorry! Ich habe Minus... Leute! Für alle... Den Disney hat mich gemacht! Ein neuer Zuschauer! Moin Leggy! Ich lass dir dann gehen! Okay Leute, schreibt mir bitte kurz nichts in den Live-Share! Ich mache einen Timer! Ich möchte gucken, wie lange er weg ist! Warum habe ich diesen Scan eingegangen? Ey Tim, konntest du mal kurz in meinen Live-Chat gehen und dann sagen, wenn er wieder da ist? Wer? Mupps doch! Mupps doch! Mupps doch! Mupps doch! Könntest du was sagen, wenn er wieder da ist? Danke! Ja, okay! Sorry, dass ich euch jetzt nicht sehen kann, mein Live-Chat, aber ich muss mein Mikro vorbei gucken! Hier schreibt niemand in den Live-Chat, also! Halt doch! Ich möchte Zeit messen! Doch, doch, doch! Ja, okay, dann halt doch, sorry! Soll ich mich nämlich... Nein, ich schaue! Ich möchte mich gerne in die Zeit messen! Achso, falls du mich anlügst, ist bekommene Nachricht, wenn ihr mit in der Live-Chat schreibt! Also, ich muss schauen, ob er in den Ding schreibt! Ich schaue die ganze Zeit nicht mal aufs Spiel und dann die ganze Zeit auf mein Handy! Ich lasse mal wieder das gleich da! Das hast du sieben bleibt! Ich habe dir das gleich gegeben! Noch nicht, ist er da! Jo, ist aber schon ein wenig zu 25 rum! Er hat gesagt, in einer Minute ist er da jetzt gelogen! Okay, ich gehe dann wieder zu... Ich glaube, er ist wieder da! Du hast jetzt wieder plus zwei Zuschauer gekriegt! Nein, er muss ja in den Live-Chat treuern! Wenn er wieder da ist! Vielleicht schreibt er ja auch! Ja, okay, er ist wieder da! Ich habe noch keinen! Dann gehe ich jetzt bei mir wieder rüber! Äh! Achso, ich gucke jetzt wieder in den Live-Chat! Ja, bei mir ist ein Gegner! Mops da! Du hast genau 1 Minute 49 gebraucht! Du hast mich angelogen! Ich bin enttäuscht! Ich bin enttäuscht! Ich spiele hier so, wo ist es Quatsch? Ich habe gesagt, wir spielen noch immer Dinge! Du, was ist es Quatsch? Du, was ist es Quatsch? Du, was ist es Quatsch? Ja, du, was ist es Quatsch? Ich habe gesagt, wir spielen noch immer Arena und ich habe mich gefragt, wenn du mich so so losst! Ey, Mopser! Ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht! Eine Minute 49 gebraucht! Du hast gesagt, eine Minute! Du hast gesagt, eine Minute! Bleibt da! Bleibt so Spaß! Bedenken das! Aber, Leute! Mein Foto aus dem Keller holen! Also, ja, okay! Muss, Mopser! Ich habe gesagt, das ist nicht schlimm! Das du mich angelogen hast, du mein Community! Aber, äh, Leute! Mythische Kiste! Das mache ich jetzt vorhanden auf! Und zwar? Oh, welche? Tim, du hast mich von meinem Tim aufgelenkt! Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich gesagt habe! Wer bei mir gerade im Live-Chat ist, schreibt mir kurz in die Comics, was ihr glaubt, was da drinnen ist! Ich habe keine Ahnung! Ich habe keine Ahnung! Äh, habe keine bekommen! Bubble! Egal, ich brauche! Eine Pistole! Ich hasse dieses Game! Im Moment! Weil sie mir eine Pistole gebracht hat! Oh, Leute! Ich habe keine Ahnung! Ich habe ein Stream-Beweis! Ich sage Video-Beweis! So süß! Wie du! Ah, Karamell-Bomb-Bomb! Du wirst jetzt geholt! Ich schließe das, wie ich muss mit dem, weil dein Copyright drauf ist! Ups! So, wenn du denkst, wenn du ein Spray kommen willst, mein Kanal hält er so gut! ärgerlich! Ich-Jean-Strike-Arm-Bomb! Äh-m... Leute! Ich-I-iste! Ich-I-iste! Leut! Ich-I-iste! Leut! Ich-I-iste! Ich-I-iste! Leut! Live in Arena! Äh, Tre-Ai-M-Eine! Ich-I-iste! gegeneinander verbaut baufeils machen wo hat er mich gelasert aber leute ich muss irgendwie sagen immer wenn ich kann die jungen oder kein ihm besser als wenn ich ein video macht als leute wenn ich jetzt zum beispiel kann ich machen würde wesentlich besser als wenn ich jetzt nicht also wenn ich jetzt ich habe keine bohken auf meine suppe ein bisschen sehr gesprächig ich weiß ich will ja okay dass wir dann alle drei gegeneinander spielen aber leute ich muss sagen ich bin doch schon leute ich habe die frage an euch ob ich gleich das kind macht ab jetzt okay ab jetzt sind alle kind also ich fliege weg ich mache mich mit ob ich zusammen gleich eine runde oder paar runden dann gehen wollen oder nicht ach so ähm wenn du die frage beantwortet haben willst dann gehe bitte auf mein anderes video mein kopf bin sondern paladins ist ein video wo die video beschreibung ist er wollte wer will mir fragen stellen wir waren machen ja nicht wieder mein schlusser und schlusser und schlusser und schlusser und schlusser und schlusser und auch kein bock mehr sondern ich bin als er aber leute ich muss sagen vor streamen oder video wie gesagt bin ich wirklich viel viel schlechter als wenn ich nur mal spiele und das könnte man auch bezeugen oder ob es immer was er erzählt alles stimmt was ich sage ein anderer ledig kommt weil die heli fliegen natürlich kommt er zu mir nein ich muss weg und trommel gewinnt aber das können wir ja leute ich habe immer noch keine fa halten hier leute könnten wir keine fa schicken wenn wir schon freunde sind aus dem grund logik leute wenn ich jetzt zum strike werfen so für es wäre so wie auf tiktok wenn man wenn man auf tiktok gemeldet wird leute ihr konntest mal jetzt nicht gleich sehen dass ich kein face camp aber ich mache jetzt ein rückwärts vor wenn ich treffe ich habe von dem geworfen mach mal so rein aber ich habe den hier nicht als freund äh als freundchen äh als freundchen ok sonst kommt diese vogel zu dir strike die habe ich jetzt aufs namen geworfen und mir gucken so leute ich mache jetzt kurz ich habe jetzt wenn ich dich jetzt finde schenkst du mir was nein ich was ähhhhhhhhh 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 ne ich kann nicht mehr ne ich will dich nicht also leute besser gesagt äh Sascha schickt mir mal bitte eine freundesanfrage ich bekomme mich ich bah ordinance ich bekomme mich ich bin ich du bist du kannst das wach du kannst das nicht ähhhhh wenn du das wüsst ein hotdog bin nein ich habe falsch geschrieben ich habe es mit a geschrieben anstatt e r ich hab ich ja mache ich kann ich kurz dann namens werden schicken kann mache ich es jetzt Nein, auch um ist komplett scheiße. Ne, nur Sasch. Sasch. Zwei. Null. Null. Ach. Und jetzt kommt's an Katan. Team Shadow. 2008. Das ist auch Team Shadow. Schau klein. Ne, hat geklappt. Leute, und kurze Sachen nochmal. Wenn... Ja, ich bezocken wollt jetzt. Ach so, nimm mal an bitte. Ja, danke. Ich mach kurz Gruppe öffentlich. Wenn jetzt 10.000 Leute reinkommen, kicke ich hier. So, du hast kurz Zeit reinzukommen. Äh... Danke. Wer ist Sushi? Hallo? Sushi... Ach, das bist du. Äh... Hehehehe. Warte. Sushi Sasch. 2008. Sushi Sasch. Sushi Sasch, wenn du derjenige... Ich bin's, okay. Worte fragen. Mach bereit, bitte. Aber erstmal möchte ich jetzt ganz kurz mit, ähm, Film ein One V One machen. Ich werd dich so hopsen, Mann. Ja, würdest du? Ich bin's von Fett. Ich bin's von Fett. Gott, ich hab mal mit Lebekuchen bin ich besser auf. Äh... Lebekuchen. Leute, Leute. Erinnert ihr euch an diese 20er Bomben, als ich in einem einfach gespielt habe? Lass dich mir nichts mehr. Ich hab solo gezockt die ganze Zeit. Hab ich so die 20er Bomben gekriegt mit Lebekuchen. Wer sich erinnert, äh... Warte. Warte. Wer sich davon erinnert, äh... Es war OG. Real Talk. Es ist noch größer als die Katzen Gang. Und ich kann mich noch anleben. Autsch, 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 Autsch. Aber ich hab vergessen, wie viel Kills du hattest. Uhhh... 27. 27 plus win. Ehh... Ey, aber Sascha, hörst du uns? Dann schreib mal... Ja, ein Schiff. Ich bin los. Und los mich ein Schiff. Okay, aber... Komm, ich mach nur mit rein von vorn, diese Arabische... Ist doch... Nein, wir gehen in meine. Wir gehen in meine. Nein, ich geh nicht in deine. Wir rein los. Diese Map ist die beste der Welt. Nein, das ist die grottigste der Welt. Ey, Sascha, geh bitte nicht in seine... Also, geh bitte nicht in die Map, die Tim reinmacht. Die ist grottig. Digga, jetzt habt ihr heute geholfen für den 1000 Follower-Smash. Also... Also, ich hab fast... Ich hab... Mehr als du gebaut auf jetzt. Ja, okay. Dann gehen wir jetzt in die Map rein. Ich hab jetzt schon keinen Bock. Ich bin Kopp. Leute, falls ihr euch fragt, wieso ich jetzt hier in diese Map... Ah, Map unnormal grottig bin. Ich bin komplett schlechter in der Map und ich hasse die Map. Nur Pumps und Ska. Leute, nur Pumps und Ska. Pumps und Ska. Bade. Nur ein paar Pumps und ein Pumps und ein Pumps. Ja, das ist Pumps und du und wer? Ich geh hoch und tun mir einen Baller. Nein. Ich wollte gerade schreiben. Ich musste nur 20 Runde. Woll ich dich holen? Nein. Weil ich geguckt hab. Okay. Das ist geil. Aber das war... Miko, du musst mich fahren. Miko, komm. Was? Komm mal runter. Komm mal runter. Komm mal runter. Okay. Okay. Mein Mikro. Sascha, komm mal runter. Danke. Natürlich kommt niemand in meine Einkaufsfahrt mal. Ich will doch nur einkaufen. Ich kann nicht fahren. Leute, das ist mein neuer Lambo. Lambo genehmig. Aber... Leute, rechts einparken. Erstmal 10 Autos reinfahren. Komm. Ich weiß, aber wollte... Oh, fährst du hin. Rüber da. Okay. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nimm. Aua, du hast ein damage zugefühl. Habe ich nicht. Komm, one by one. Danke, Herr Taxifahrer. Ganz bald. Bin kompliziert, ich lass ihn nicht in die Jungs. Ich kann kurz nicht auf den Lightshot achten. Tut mir leid. AIM! Wenn ich diese Schüsse mache, manchmal treffe ich sie. Ich treffe die überhaupt nicht. Leute, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt komplett scheiße bin. Es liegt da an. Das Film wieder jeden Shot durch die Wand riss. Hä, nein, da war keine Wand, sondern mal ne Treppe und kein Schlitz. Stimmt, da war ne Treppe. Aber da hast du dich geschossen. Nein, da war ein Schlitz. Ich hab nur Beweis. Ich hab nur Beweis. Ich hab auch Beweis. Komm, schau mein Stream. Ich bin jetzt. Huiiii. Ich hab noch etwas... Ja, keine. Ich bin der Heftigste. Wo ist mein Taxi? Hä, wo ist mein Einkaufsmark? Es gab nur einen einzigen auf der ganzen Welt. Was? Das liegt jetzt immer noch ein. Junge, das verstößt nicht immer meine Fahrzeuge. Geh weg! Geht's los? Geht's los? 3-1-Gott. Bitte sein, ich habe keine Erfolge. Geht's los. Ich mach immer dieses. Ey Junge, was ist denn das? Warum musst du so weit unten? Ja, weil ich mich die ganze Zeit verbaue! Dann mach ich wieder ein paar Tablettes. Cool Joss. Schön hat's. Ey, die letzte. Wenn's Legs hat, dann... Liegt's am Internet. Weil bei mir... Das ist alles gut. Weil mir läuft das viel richtig. Maaaaaaannn! Ich hasse das Spiel. Oh, jetzt! Bauter, nee! Ich war editiert! Ich bin unten. Hä, nein! Nicht angreifen! Nicht angreifen! Nein! Wenn du mich angreißt... Liegt's doch nicht angreifen. So, das war jetzt mal. Ich hab's noch noch Baufall. So, das war jetzt mal. Ah! Ich bin der heilige Brawler. Mich kriegt man nicht! Oh Jungen! Damage! Nein! Nein! Mach mich meinem Lambo kaputt! Du hörst viel, Alter! Im normalen Fall bin ich besser als Baufall. Ja, aber ich bin... In 1v1s. Ich trainiere die. Ich hab's noch mal auf den Headshot. Ich hab's noch mal... Ich hab's noch mal auf den Heid. Die Kuhl hat er. Wer hat er? Was ist das? Ja, wer hat er? Ja, wer hat er? Was soll das so mit nur? Echt? Bei mir hat's geleckt. Hallo, Feichen! Macht man nicht ohne Heavy? Hahahaha! Machen wir, das war ich knapps nicht. Machen wir nicht ohne Heavy? Fim? Keine Ahnung. Äh, anders hab ich nur Skabamp gesagt. Leute, man konnte mich nicht picken. Achso, nicht so leicht. Sagen wir, er darf Heavy, weil er ist Witch schon wieder. Nein, das ist für mich viel, aber egal. Äh, bei mir steht da was Witch. Ja, er hat aber gerade die Welt, aber egal. X-Box. Was für X- Wie kann ich dich denn als Playstation-Freund haben? Wenn du X-Box Spieler bist? Hä? Oder hast du erst auf X-Box gewechselt? Oder ist das dein zweiter Crash? Ich hab's langsam in Durchschnitt verloren. Ey Leute, versteht ihr was ich meine? Auf so eine Entfernung trifft er immer ein 220er. Auf Nahkampf trifft er auch immer ein 220er. In mein X-Box habe keine PS. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich hab mich als Playzie-Freund. Was? Was? Das verstehe ich nicht. Der nächste Headshot. Danke. Hör auf zu lachen. Warum? So süß. Wie Kacke. Walla Walla Bum Bum. Hör nicht los. Ich sing das Lied aber anders. Komm, stimmt. Weil's Verleidigungen kommt. Warum? Bitte mich einmal. Danke, Hashtag. Nein, ich bin noch mal neun am Spiel. Die Neno unterwegs. Du musstest stärken. Ich bin noch das beste Fahrer der Welt. Warum überhaupt nie Unfälle? Natürlich habt ihr einen Führerschein, Leute. Wer hat's denn nicht gedacht? Ich hab meinen Führerschein natürlich. Also ich kann schließen. Leute, was dachtet ihr denn, wenn ich mein Führerschein nicht habe? Nö, ich hab meinen Führerschein. Dann ist es so wichtig. Okay. Wieso auch mal? Nö, nö, nö. alt. man muss meine buch zerstören hör auf diese mode zu machen du spielst eigentlich vorgen und sollte es besser als ich sein abstauberei ich habe ihnen ein fort mal gegeben ich habe ich muss einmal raus und wieder ein wenn ich mich freut ich habe mir zwei keine lamborghini ist erlaubt Iiiiih, du machst Borne-Fans so ehrenlos. Was ein ehrenloser Dingenskirchen. Komm doch! Aber dein Name wird mir jetzt immer zeigen. Das ist schön. Kann ich mitmachen? Ja, kannst du. Aber nur, wenn du mich abonniert hast. Weil ich nicht mehr oder weniger nur für Abos bin. Alle, die sagen nütze, sind Abos. Und ich bin schlecht. Das ist schlimm. Kann schlecht sein. Das ist gerade das Beste. Ich bin auch nicht gerade der Besseste. Ja, wie heißt das? Äh, Leute, an alle Moderatoren jetzt eigentlich. Oder fast Moderatoren. Zum Beispiel, muss man... Du warst doch mal Moderatoren. Muss kein Moderatoren mehr, egal. Schreib mal bitte alle meinen, äh, Epik-Namen in die Kommentare. Äh, Live-Chat. Ich hab gerade noch keine Zeit. Wenn du... Also wenn ein Epik-Namen in den Chat geschrieben wird, dann erinnere mich einfach da runter. Eigentlich genauso wie mein YouTube-Kanal. Falls nicht, auf... ähm, also Fortnite. Fehler von dir, dass du zu spezialisiert hast. Fehler von dir, dass du zu spezialisiert hast. Ja, ich späte nur. Dafür, dass ich gerade erst seit gestern wirklich bin. Hast du schon gestern gesagt? Oh mein Gott, ich wollte dich so runter. Es hat nicht gebaut! Videobeweis, es hat nicht gebaut. Leute, ich heiße Mikro-Köder, aber wie gesagt, du musst Abos von mir sein, um mitzocken zu können. Bei mir muss man auch Abo sein, dass man mitzocken kann. Ja, Leute, ich hab da so ne Geschichte-Parad. Wollt ihr die hören? Aber es interessiert eh niemand, weil ich der einzige Zuschauer bin. Nein, ich hab 5 Zuschauer, aber egal. Nein, ich! Leute, kurze Frage an euch alle in meinem Live-Chat. Wollt ihr ne kurze... also wollt ihr ne Geschichte hören? Die halt, was passiert ist? Bevor die YouTuber geworden sind? Und was auch mit meinem YouTuber da so ist? Wer ist? Ich wollte YouTuber werden, dass ich Geld verdient eigentlich. Ich bin so wie jetzt ACTV. Ich wollte mich grad auch mal planen, aber dann hab ich irgendwie komplett Spaß an YouTube. Ich auch. Halt, ich bin so wie jetzt ACTV. ACTV will nur... Ja, okay. Ich hab keinen Bock mehr auf Crea. Man wundert sich. Äh, Leute! Äh, Leute! Äh, ja. Okay. Äh, Leute, ich hab leider keine... ähm, ähm, ich hab's leider keine erhaltene vor unserer Frage. Also guck mal bitte. Äh, Leute, äh, ich mein nur dich jetzt, sonst ist das geil. Ja. Schreibt mal bitte in den Live-Chat, die du an Fortnite weißt. Okay. Äh, ja, nein. Das ist anders aus der Crea. Bitte zocken. Leute, schreibt mal in den Live-Chat. Wollt ihr, dass ich jetzt mal lang... Also, Leute, warte, jetzt hab ich hier wieder erzählt, diese. Oder wollt ihr's eher nicht? Schreibt mal ja oder nein in den Live-Chat. Ich hab's ihr Tag jetzt. Leute, schreibt mal ja oder nein in den Live-Chat. Und derzeit geht kurz zurück zur Lobby und bin gleich wieder da, Leute. Also, Leute, ich bin ungefähr in einer Minute wieder da. Ja,情 mast es nichtわ. Ja, diese garanti aber in allen nicht einigen solchen gentlyauss acrediten. Äh, ja, nein. Ja, ich bin ziemlich schlecht. B aus, ja, wir müssen sich ja auch nicht reinigen lassen. Eher, wenn Sie so nählen Clay, du kannst dich zu wählen. Ja, das ist ja auch nicht. Ich bin morningswateriendologeck delle 씨가fe, ich bin auch nicht повulent, und dec abs Champion of CGounmagους intake und ste Figuren, anticipating keinょう,aczego Ich bin herzlichrin. Ja, per Werbunger. so leute ich bin wieder da vor dem teams noch alles rein leute ich lege jetzt im live und zwar es war mal so früher da habe ich noch nicht gemacht habe ich noch überhaupt ich glaube ich auf jeden fall habe ich mir gedacht ich gehe mal eine runde es war schon relativ spät abends kommt so ein typ in die runde und gibt sich aus alles gut bei mir ja und leute es gibt also der junge gibt sich als montana black aus zu der zeit kannst du montana black überhaupt nicht und wusste überhaupt nicht das habe ich immer gegoogelt habe ich gesehen ja okay habe ich mir doch das ist ja definitiv nicht habe ich mir aber ein bisschen abgekauft so eigentlich überhaupt nicht aber trotzdem hat sich der typ irgendwann gedacht ja okay ich bin immer spielen wir spielen irgendwann kommt so ein freund in seine lobby und nervt mich ultra beleidigt ohne grund und 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 habe ich keinen auf jeden fall leute hat sich mein freund also hat sich der typ dann gedacht ich bin ich hab ich mir nur mal die ganze zeit und ich habe leidig und ich habe beleidigt ohne grund ich habe mir nur gedacht ja okay wie so habe ich mich beleidigt habe ich mir über okay machen wir noch gleich wieder da weil meine offenkundige map die ich da hatte war unter schlecht und habe ich beleidigt blabliblob ich kann überhaupt keine maps bin ultra bieb und alles äh und ja dann bin ich geläftet habe ich verlassen hatte andere typ gedacht hä warum hast du dann auch als ein freund reingekommen habe ich ihn gekickt habe ich mit ihm darüber geredet habe mit meinen freunden halt eine neue map gebaut oder die das war meine erste wirkliche 1v1 map und ja da hat sie wieder beleidigt und irgendwann habe ich er zurückbeleidigt und dann sagt dieser eine freund ist für montana black ausgegeben hat wieso du bleibst also er hat sich dann gefragt wieso ich beleidigt habe in diesem zeitpunkt habe ich mir gedacht ich lefte einfach und habe ihn als freund gelöscht ich habe auch eine gute map ok leute ich habe ehrlich gesagt zwei maps aber die jetzigen gefällt mir besser ach so leute wenn ich 1000 abos knacke werde ich diese map veröffentlichen leute also wie gesagt wenn wir die 1000 abos veröffentlichen die ich jetzt brauche auf der ersten sniper map gleichzeitig mit einer chill map eine 1v1 map eine aim training map plus einer normalen map also leute falls ihr darauf wollt ab 1000 abos veröffentlich ich die aber leute auf tiktok 1000 aber wo ich als erstes 1000 abos schaffe werde ich sie veröffentlichen also auf tiktok habe ich jetzt fast 1000 habe ich 900 irgendwas sollte mir helfen wollen könnte ich da gerne abonnieren heiße 11kos11 packen schnitt um 11 und leute daheim könnt ihr mir folgen ich hab ein paar videos da hoch und stehe kurz über den tausend und ja wenn ich das mache und ja wenn ich das mache und ja wenn ich das mache und ja wenn wir da ich habe kein zwei leute mit ein hp geholt mir an er hat gedacht ich bin schlecht auch wenn er nicht ja okay ich wurde von hinten geholt das zählt jetzt nicht ich hatte ein hp er hat mich er findet euch nicht da habe ich rede trotz aber ich kann gerade den live-check nicht lesen Prozent Leute ich habe genau 908 Follower Tick-Tock und fünfzehzehzehzeitschleit Fasson-Fanzen-Böckchen nicht gerne abonnieren ich war ja ich habe mir hast du gut gemacht ja auch ein paar ich war auch wenn ich habe das Messen gehört Meine Karte schafft es nicht mal sein, meine Karte ganz vielleicht. Oh Leute, ich habe vergessen, dass ich hier nicht loll. Vier aktive Zuschauer. Leute, ich habe vier aktive Zuschauer, geil. Ah! Ich kann gar nicht, weil... Ich kann gar nicht mehr sehen. Scheiß Baum! Das schaffe ich nicht. Hm... Nein. Egal, dann werde ich nicht raus. Okay, dann werde ich nicht raus. Okay, dann werde ich nicht raus. Ich weiß nicht, was ich raus habe, ja? Ah! Schau mal, das war ich nicht. Das geht. Nein, nein, die alleine ist schön. Ich muss jetzt mal nicht. Bitte. Okay. Sieh, wie ich verkack am besten. Hallo! Beste Mal, dass du... Ich weiß, dass du das bist. Hallo, Jan. Okay, hallo, hallo. Leute bitte nicht spammen! Ich mach Gruppe endlich für offene. Wer 10.000 Leute reinkommt, fäge ich sie. Bist du noch... 999... Bist du noch 999... 6 Zuschauer schon wieder. Ja moin. Ey, Leute, falls ihr irgendwelche Fragen habt, geht mal bitte auf das Video von mir, wo ich gesagt... also wo die Videobeschriftung heißt, ähm... Wer will mir Fragen stellen? Fragezeichen. Nur zu schauen, weiß! Er kam vor zwei Tagen und hat 29 Aufrufe. Also wer da Fragen stellen will, kann da gerne hingehen. Leute, ähm... Ja, wenn wir es schaffen, also ich werde die Fragen natürlich beantworten. Wie immer nichts Privates, bitte. Also... Bin der... Krise... Und war ich zum Kleinen. Okay. Oh! Habe ich mich gerade verguckt? Ähm... Leute, ich will jetzt mal sehen, wie ich einfach los bin. Sieben Zuschauer! Hi Leute! Also Leute, wie ich auch schon vorhin gesagt habe, checkt mal bitte den Kanal, äh... ähm... hier, wie heißt er nochmal? Ach doch, Timpap Cool Ultra! Checkt mal bitte alle den Kanal Timpap Cool Ultra aus! Würde mich freuen, wenn du mich immer anguckst und... ihn wahrscheinlich auch freuen. Ja! Ihr macht ganz leid. Das ist der Skappel. Timpap Cool, der auch gerade in Chat. Oha! Sieben Zuschauer, das ist hier raus. Kuss und Grüße gehen raus, Leute! Ach so, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt... sehr, sehr schlecht. Ich liebe, äh... das ist jetzt so beilig. Also einfach eine Position angenehm habe, also angenommen habe auf meinem Stuhl, die sehr bequem ist, aber so nicht geeignet zu sein. Und weil du nur Einschämungen hast. Nein, weil ich auch noch Müll... Nein, weil ich auf meinem Stuhl gerade eine andere Position habe, die angenehm ist, aber auf der man nicht gut zocken kann. Ich... Ja... Bei mir... Ich habe bei mir nie eine angenehme Position. Ich tue mich nie mit meinem Rücken anlehnen, also kriege ich meistens immer Rückenweh. Einmal habe ich meine Rücken ausgerenkt. Einmal habe ich meine Rücken ausgerenkt. Ja, Leute! Ich habe meine Pistolarmee am Ende rum. Am Ende rum! Nimm mal eine FA an! Was für eine FA bitte? Ich schicke die Pistolarmee. Ich schicke die Pistolarmee. Ich schicke mich selber rein! Ich schicke mich selber rein! Ich heiße... Äh... Custom Games sind kreativ. Ich habe meine Richterstelle mit. Äh... Keiner von unserer Custom Games, aber egal. hier, ich habe einen neuen Keyactin. Na eben in Keyactin, so kosten gehen es. Jetzt ist... Noch einer der hier rum ins Shirt! Ich schicke mich mal wieder an. Danke! Ist das ein black knight oder was? Das würde ich mir mal angucken. Nein, so ein hässlicher. Äh, wie geschrieben? Hm, Schieb. No, ich bin auf dem Schaden. Kaa. Senden. Haupttelefon ist einfach gesendet. Finde dich nicht! Ja, Loli. Ja, Finde dich alle nicht. So, guck mal. Leute, ihr findet mich nicht. Dann schreibt doch einfach euer Name in den Live-Chat. Wer weiß. Das heißt nie. Warum heißt ich immer noch Mikro 08? Ich hab mich unbedingt auf Mikro 08, das ist ein Killer. Kann man das anders sagen? Heißt es für euch immer noch Mikro 08 oder Mikro 08? Mikro 08? Mikro 08? Ja, das, das ist, ich hab ihn ja auch genannt, Leon J. Aber heisst immer noch die Poker, Epic. Epic ändert sich nicht. Epic kann man nur über, äh, Voxer Games ändern. Äh, nicht Voxer Games, GTA. Epic Games. Egal. Da geht's. Leute, dann heiße ich immer noch Mikro 08. Dann schickt mein Freund auf mich. Dann heiße ich wohl Mikro 08. Dann heiße ich wohl Tifa Cool noch immer. Also Leute, schickt mir einfach eine Freundesanfrage. Mikro 08? Wer von euch hat Bock auf Crea? Kein Kasten Games. Wer von euch hat Bock auf Crea? Kasten Games? Ich hab keinen Kasten Games, aber trotzdem. Ich hab keinen Kasten Games Code. Ich hab keinen Kasten Games Code. In Cair. Ja. Abkauf, glaube ich kann ich ihn aber auch nicht. Ich hab's aber auch nicht mehr zu tun. Ich hab's aber auch nicht mehr zu tun. Ich hab' den Kasten, das ist schon mal zu tun. Ich hab' den Kasten. Ich hab' den Kasten. Wir können den Kasten. Wir können den Kasten. Kasten Games machen. Okay. Gespeichert. Was für gespeichert? Ach, der hat meinen Namen gespeichert. Mein ich hatte oder war? Ja. Wenn ich weiterhin alle Freundesanfragen habe, habe ich keinen Kasten mehr. Ja, bereits haben sie nicht vorne noch gefunden. Der Gegner bei mir hat ein Lama und ich hab' schon acht Kids. Ich muss mal wirklich gerne herausfinden, wer eigentlich dieser Mieter und der Schichtkiller-Armier ist. Ich kann jetzt mal gucken. Okay. Okay. Wenn du das in den Chat spammst, dann werde ich dich auf den Chat blockieren. Weiß Bäm, ein Regenverstoß ist. Auch wenn du Moderator bist. Du hattest Moderator, das weiß ich. Also. Also. Ich hab' Sascha Moderator gegeben. Bei dir? Ja. Bei mir sind die Leute nur Moderatorin. Sehr gut. Okay. Ist dann nicht. Du kannst gerne von mir auf zwei Mal gehen. Gibt's drei Mal, sie dessen in den Chat schreibt. Das ist kein Spam bei mir, aber trotzdem. Nerven sich. Nerven sich. Nerven sich. Da haben wir auf das Kind, wo sie mal in den Chat spammeln wollen. Ich hab' cool mit. Okay. Wenn ich war's gekommen. Ich bin so ein, äh, hinderter Spieler, ne? So, ich bin Mott. Ich bin Mott. Ich bin Mott. Ich bin Mott. Ah, und das gibt's nur erst jetzt oder was? Meine. Ich bin sogar. Danke, Herr Habe da. Jetzt sind wir noch immer. Wieso? Alles in der Welt. Meine. Ich hab' gerade eben fast komplett aufgeladen. Jetzt ist es wieder fast besser gewesen. Hätt' nicht einmal... Mach' doch deine Ehre. So, äh, Leute, wo ist jetzt eigentlich der... Leute, ich denke, hier ist so die Zone gleich irgendwo da. Hab' ich nur das Gefühl. So. Ey, jetzt ist sie nicht hier irgendwo, sondern da irgendwo. Das wär's gewesen. Bei wem sind Gegner? Hm. Hier unten. Leute, ich möchte euch gleich noch mal was zeigen. Kreativ. Also besser gesagt, nicht nur kreativ zu zeigen, aber... Hat einer von euch, ähm, eine Idee, zum Beispiel, oder eine Bitte, was ich noch in diese Map einbauen soll, bei meiner Kreativwelt? Die hat sich 92. Gesehen, aber... Äh... Ja. Die hat sich 92. Gesehen, oder doch um einen Stream hab' ich sie gebaut, aber trotzdem. Das war nur so ein bisschen was. Da hab' ich auch noch ein bisschen was gezeigt. Bis jetzt hat sich das schon voll geändert. Hab' ihr noch irgendein bisschen was da reinbaue? Weil so viel Speicherplatz ist nicht mehr da, aber... Ein bisschen was kann ich noch reinbauen. Habt ihr ne Idee? Habt ihr ne Idee? Ich hab' ne Behinderung. Hier wurde gerade Schaden angezeigt, aber ich hab' keinen Schaden gekriegt. Der Jürgen, der hat's drauf. Okay, der Jürgen. Ich weiß nicht, wer der Jürgen ist. Ist das Tim da vorne? Der Jürgen. Der ist nicht Jürgen. Der hat's auch nicht drauf. Der hat's richtig drauf. Aber... Ich hab' den besten Loot. Jo. Leute, komischerweise findet er jede Runde ein Lisskopf. Und er braucht jede Runde. Ein Gegner, den ich gekillt habe, der hat ein Lama. Aber Leute, ich muss auch sagen, er schwitzt richtig rein ins Game. Und ich bin gerade so immer mal gechillt. Na, Pose, wo ich... Wo ich... Wo ich... Wo ich... Wer... Wer schwitzt rein? Wo? Ich schwitzt nicht mal, durch den Scheißen. Ich bin kein Rocking-Bots. Naja, aber was meinung? Ich schwitzt jeden Tag irgendwie irgendwas? Und dann schützt mal... Gegner! Und das... Der fällt... Gegner! Gegner! Sie fest! Wo sind Gegner? Im Helium oder was? Der ist ausgesprungen! Und der ist gestorben! Und der ist gestorben! Einige Scheiße, die haben mich fast geschnippert! Wir haben J-1250. Wer ist das? Äh, Leute, das ist mein Frau. Also... Ja, der Jürgen! Ja, ist nicht cool! Der Jürgen! Kommt doch und tut mir! Warte, zwei Menschen! Da kommt dann nicht eine gute Kette weg. Aber... Ist dumm! Leute, ihr wisst alle, dass ich besser mit Tag bin als mit Pump. Wer es nicht weiß, ich bin daer Zuschauer. Der kann ja sofort ins Stream lassen, das ist doch eigentlich. Ich weiß das, weil ich jeden Tag mit dir spiele. Richtig? Wir spielen die Jürgen. Was? Leute, also in Fortnite? Das ist doch ne, GTA! Also Leute, in Fortnite ist der Moment mein bester Freund, also yeah. In Fortnite ist der Moment mein bester Freund, also yeah. Ich hab's mir nur Tatscher-Fadler geschenkt. Ich bin Tatscher-Tour, wundert euch nicht. Ja, geht? Nein! ja ich bin zehn kilometer runter sind irgendwo nach vorne gesprungen die ich jetzt verfolgen leute erst kein jürgen und er ist auch nicht kein tag erst manfred ok leute einigen wir uns auf manfred über günter das könnt ihr euch aussuchen hey dass meine freunde anstatt dass du im nahtkampf mit der pump spielt weil das ich weiß von hinten oder bist du zuschauer ob es genommen würde ich mal sagen 14 ok leute schreibt mir den namen für günter wer soll günter sein ich habe ich auch ich bin die bergtheit und nicht jeden das heißt ich bin scheiße Oh, der hat Combat, gell? Oh, die Pumps aber ist wie so eine langgezogen, äh, Pum, äh, Pum, der Pum. Das war's, vielleicht wohl mit deinem 50 Kills, mein Lieber. Geh mit Puschen, geh mit Puschen, geh mit Puschen. Das ist irgendwas gemacht. Guck mich nicht. Der ist du, der ist Solo. Also er war... Ich bin Pickaxe, ich bin Pickaxe, ich bin Pickaxe. Mach das nicht! Der ist gut! Komm, heal mich! Nein, Jürgen! Ich bin tot! Mach jetzt! Ich heal mich doch! Ich heal mich doch! Ich heal mich doch! Ey Leute, erst will er gehielt werden und jetzt... Warum? Hier! Ja! Die waren nur solche Dinger. Nein, Jürgen! Ich bin tot! Der Jürgen ist gefallen! Danke! Ich hab eine Brenn auf den Kopf! Geh, Pum! Du kannst doch eine 20er Bombe machen, wenn du hier im Versatz spielst! Ist so, wenn ich jetzt... Äh, darf ich eine 20er Bombe machen, wenn ich alle hole? Nein! Das schaffe ich noch! Doch! Ich muss jetzt alle... Ich muss echt alle holen, dann hab ich's! Oha! Ein Team und ein Einzelner! Ein Team und ein Einzelner! Leute! Meines Erachtens haben wir noch 25. Ich hab hier... Also, Schlüssel! Warte! Hast du ja schon mal gefragt, warum hier den Reifen schon nach oben führt? Ich ja! Jetzt gerade! So! Auf der Suche nach Gegnern... Bin ich! Safe da oben! Mal auf der Seite! Ah, doch! Die Tür hat mein Spaß! Tue ich nicht! Insgesamt haben wir noch den 20er Bombe, glaube ich! Ja, haben wir! Die Kräunen ist ein Gegner! Lass ihm das, das ist das letzte Squad! Lass ihm das! Lass ihm das! Lass ihm das! Okay, 17er Bombe auf jeden Fall! 17er Bombe, ich schreckte mal verinner! Verrück! Lass ihm den anderen Kill! 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 Schreckte auch den Kill nach oben! Sehr gut! Ja, dann hat er eine... 2er Bombe! 2er Bombe! 2er Bombe! 2er Bombe! 2er Bombe! 3er Bombe! 3er Bombe! 2er Bombe! Da hat ein Kill geholt! Ist das? 2er Bombe! 3er Bombe! wird mir helfen, fass auch ja, rein weg ey, wirf besser beim Börsen hin ich werd den anders heftig hops nehmen ok ey, ja, nein, ich fände plötzlich auf den Chat dann nur weiter an Jürgen in den Chat äh, ne, auf sie schmecken der hat seine Waffen da gedroppt will er teamen? ja, er will, äh, uns den Wind schenken nein, will er nicht ich war, ich versuch zu teamen ich will, dass zwei goldene Tags hatte ja, dann gleich er will nicht teamen ja, das, das ist sein das, das war seine Praktik wir tun aber auch ein Team und dann, äh, links als wenn er jetzt wirklich so viel aushält ja, das ist so, das heißt, er kannst du sogar gewinnen oder ja, hier ist es komm, Sascha, du schaffst das ja, tun wir es, okay ja, tun wir es, okay ja, tun wir es, okay ja, haben wir es, genau ein Heavy-Shot ja, das geht fliege den Leiterer oder du pushen oder fliege weg, wenn du ihn zum hast du musst waschen, seit es das nicht fließt ohne du musst waschen, er muss nicht waschen du musst waschen, er muss nicht waschen können wir wollen dass bei der inhalt von der Welt zu tun haben eine Anerkennung er hat sich zwei Minis gewohnt der Klinik und die Rutschung ich schließe aber er hat die Städte die Städte ich muss springen wenn du läufst du gehst du könntest du gehst zurück er hielt sich so deine chance so sie vergoldet und was weil du nicht gepusht was einfach nicht pushen und er ist nicht der beste er ist lange er hat lange gespielt er hat so unglaublich viel ähm, Crea gespielt. Crea, ähm, das ist ein Bild. Ist ja auch egal. Glaube ich. Ich weiß nicht gern so sehr. Was machst du? Wenn er jetzt geläftet. Er hat geläftet. Was hat Sascha gemacht? Frag mich nicht. Verbindung weg. Aha. Erstens, wenn ich Verbindung weg wäre, konntest du nicht mehr in den Stream rein. Wenn die Verbindung weg wäre, wärst du jetzt auch aus der Lobby. Nein, kann auch sein, das ist ein... ... Was wollten denn Crea noch machen? Ach so. Leute, schreibt mir aber in den Live-Chall. Habt ihr noch irgendwelche Ideen, was wir in unsere eine Map einbauen wollen? Nein. Gib mir das erst in Crea rein. Lass mal fighten. Ja. Können wir auch... ... auch wenn ich eher überhaupt keine Anfänger mehr habe. Aber ich mach keinen One-U-One. Dann fahr' ich. Geh weg. Komm, hast du ihn wieder privat? Ja, kann doch das jetzt irgendwo irgendwelche Leute ankommen. Ich kann mehr erfahren. Wir gehen aber auf meine Map. Hast du eine Fight Map? Ich hab ne Fight Map, hab ich doch gesagt. Und der ist eine One-Map. Gleichzeitig ne normale Fight Map. Gleichzeitig aber auch noch eine A-Training-Map. 5 Sniper-Map und ne Chill-Map. 5 Maps und einer. Krass, ne? Die ist okay Auch mãevio. Der ist toll. Jetzt stehe in meinen Maps. Wie alt seid ihr? Ha? Wie alt seid ihr? Meine Alter hab' ich ja auch schon in anderen Videos gesagt. Ich hab grad fast gesagt, andere Wiener Würstchen. Also ich hab das ja schon gesagt in ein Paar Videos, dass ich mein Alter nicht gerne veröffentlich möchte. Wir haben es nicht gemacht. seitlich sehr meint er weiß und ein paar andere Leute die ich privat kennen aber wenn Tims veröffentlichen will kann er es zu sagen ich sage also ich veröffentliche es nicht Leon ich nenne ich jetzt mal Leon okay kommen an meine Map hier Worte ich möchte dann gleich erst mal die Map kurz zeigen ich hab dann auch rechte dann können wir auch kurz ich weiß noch irgendwelche Tipps hast oder Bautipps hast du irgendwas hinbauen möchtest zum Beispiel äh ich bin nicht mehr drinnen und gestalten ja jetzt bin ich dran Leon du hast jetzt auch darf ich nicht lehren ja kann ich kurz bauen wenn die also ich kann rum bitte also hier ist halt hier sind zwei hier ist die chill hier ist der chillraum hier kann man chillen und abhängen einfach spielen Flugzeug und alles einfach zum chillen hier geht's dann weiter Alter das ist für riesig wem hast du hierfür gebraucht Tag also insgesamt die Zeit für Leute kommst du mal hier hoch kommst du mal bitte danke komm mal mit äh hier hinten hier kannst du zum Beispiel hier hin auf bomb points hier ist die sniper map hier kann man es meiten problem ist wir können äh diese äh schildern nicht machen wo wir das drauf schreiben doch also können wir aber es geht nicht komischerweise es klappt nicht doch da ist die andere drehen es wird aber nicht gespeichert hier ist die sniper map und hier ist die one also hier ist äh one und hier ist ein training bauen hier drin oder in der sniper map ist verboten genau wie in der chill map ist auch bauen verboten und hier seid ihr ein training map hier sind die waffen für auswahl Tim baut hier schon fleißig hast du noch irgendwelche Sachen die hier hinbauen willst zum Beispiel hättest du zum Beispiel noch tipp kannst du einfach hochfliegen ne und ich glaube ich noch ein bisschen was hin ich glaube ich noch ein bisschen was hin ich mach mal das her aber darf nicht wieso darfst du nicht keine Ahnung schreibt meine live chat wieso ah leute auf jeden fall äh schreibt meine live chat habt ihr noch irgendwelche tipps hierfür und auch wenn ich mich als freund haben darf sofort leute ist mit die gold kostet meine match spielen wenn ich die veröffentliche dauert nicht mehr lange dann habe ich schön die tausend auf tik tok dann veröffentlicht die märkte weil heute könnte zu dem teil sein ist noch die tausend und alles gut ach so fragen ich zeig dir einen anderen trick für mein double edit face ray soll ich ihn dir zeigen habe ich erfunden komm schau komm mal hoch schau du machst so bam bam dann editierst du so ganz normal face ray und dann machst du hier so ich bin halt noch nicht so lange tassatur das bis jetzt komplett auf tassatur switchen oder da wir auf kontroller also kontroller bitte nicht wir wollen wir wollen aber hier nicht das müssen wir wieder alles zerstören ich mach kurz kontroller kommen zu mir ich komme es aber nur kurz nicht reden weil ich kontroller wechsel so leute echt wir starten da kannst du beide schön einen Wasserfall reinmachen und jahnen da ist die Erde und Büsche und Getreide jahnen gibt es nicht mal doch gibt es hä komm wird ich beweist aber glaube ich nicht so weiß es dir sorry komm her komm her ich weiß es dir Jürgen Jürgen ich kann diese äh vor allem wieder auf den Förderkarten wie die Türmei sich eingespielt aha ich weiß was er für Speicher wegnimmt auch gefreut von mir hat sich gedacht er nervt ja mal komm mit 5 6 ja ah ja ok das sind aber Bäume irgendwie nein bitte nicht da drauf bauen immer noch nicht danke immer noch nicht danke ich ich werde mich jetzt finden über Boxfight ich habe Bock auf Boxfight ich starte auch gleich das Spiel also wenn ich dann zum Sekret gehen wo es geheime Waffen gibt achso ne das wollte ich jetzt weg machen stimmt ja nein mach das nicht weg nein mach das nicht weg also halt mal mit dem Tag auf die c geht schon mal klar hallo Mikro ja weil es groß ist doch komplett Müll ganz ehrlich aber die aber alle feiern das auf einer Map ja ich aber nicht ja man will niemand deine Map spielen da ist mir egal die ist eigentlich nur von meinen Zuschauern gedacht wenn du sie veröffentlichst viele werden den Code veröffentlichen wenn du sie veröffentlichst und du willst man kann habe ich gehört wenn man wenn jemand die Map wenn man die Map so heftig feiert hat trägt man manchmal ein paar Euro oder viele Euros also viel Geld man kann damit Geld verdienen ja moin warte ich glaube das ist genug und deswegen würde ich das machen weil dann werden viele auf TikTok oder überhaupt diesen Code veröffentlichen ja dann place es halt hin aber irgendwo bitte wohl meinen Zuschauern es jetzt nicht sehen und bitte holt es nicht raus wenn ich auf der Map bin danke ok ich mach's und was ist denn wenn es kommt da mach ich den Rotz weg ich hab ja immer auch zu guck auf meine Map ist ja meine eigene Leute ist das so richtig mach ich das so richtig oder ist das falsch schreibt man den Auftritt oder habt ihr noch weitere Ideen weil Leute ihr seht ich hab 9.500 äh von 100.000 Speicher und langsam neigt es sich zum Ende ab bitte irgendwas was billig ist und speicher her was aber gut aussieht oder ich muss das eh weg machen gleich das kostet 2000 wieder weg also Leute schreibt mal eure Ideen in den Live-Chat und ob das so geil aussieht ich glaub dann werden aber alle bei mir rüber kommen in den Live-Stream weil ich sie baue das können sie aber ich glaube nicht dass sie es machen ich glaube auch das wäre unfair du kannst halt sachen mit Natur so weiter hin machen ja ok hab ich vor ich sag's nie mal was du hier baust aber ich verbessere es mal kurz ja sollte noch ein paar Kartons hier hin für die Katzen aber es gibt zwar keine Katzen aber trotzdem tue ich dann schon nix aber trotzdem tue ich dann schon nix ich schläge sie einfach hin irgendwo nie mehr wo sie nicht auf wollen wo sie nicht wirklich krass stürmen Leute wir hatten nicht gerne solche Katzenkartons hier zu entstehen ich hab's wirklich gerne so so KIA einrauf Leon Ja? Ich hab eine Frage Ja? Kennst du dich damit aus wie man zum Beispiel es jetzt so machen kann das in verschiedenen Bereichen zum Beispiel zum Beispiel ja zu einer Sniper Map ähm nicht durchs rausdrücken also dass man wenn man die Sniper Map betritt seine Waffen verliert und nur die Waffen nehmen kann kann man das machen äh das weiß ich das ist ja auch bei manchen 1.1 Map so wenn man das immer tag geklärt wird wenn man zum Beispiel jetzt die Sniper Map betritt wenn man und wenn man raus geht ebenso weiß nicht ganz fertig bei Tim ist die PS4 so laut oh Leute ich hasse es wenn die PS4 so laut ist so schön da auch speicher wenn ich hier jetzt einfach mit baue ach so in der Map und überall wurde ja schon gebaut wenn du so viel speicher bitte erst bauen wenn ich die bitte erst bauen wenn ich die gestaltet habe uuuu 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 ist mein Name eich ist denn da aaaah segoi eigentlich mein Name Timon aber Tim akzeptiere ich einfach uuuu 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 und andover aus uuuu 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 shelang des caos und followers bescheut zeigen ja ma que h jetzt auf youtube wenn du kannst so machen das was du jetzt machst auf tik tok machst du du kannst ja auch ich kann dir einen anderen bauen dann für youtube so noch tausende millionen millionen ideen für diesen dinge ich habe so viele dinge aber bitte jetzt nicht diese heim heilige scheiße nicht schnell bitte jetzt nicht diese waffen holen oder sachen wir damit weil ich möchte mein freund und nicht einfach so dass ich kann man sich nach links und nach rechts also könnte bitte nicht dahingehend jetzt die wappen die hinsam ich werde jetzt nach links und rechts leute habt ihr namen für diese net dann schreibt sie mal die leute wie hier bereits hier gibt es hier muss ich kurz zählen 1 2 3 4 auf gegen wen kämpfe ich gar nicht verkackte mit seinen schüssen das ist mir groß ich hab dir den zwei mit der headshot ich habe gedacht das war das war lehrer wegen der farbe ich bitte nicht ich habe den skin von ihm vergessen warum dachte ich weil dein skin sieht so gar nicht aus wie lebbrücken bitte nicht mit metall bauen dann auch noch mehr leute schreibt vorschläge von euch also für die märz in den live chat und also irgendwelchen namen für die märz in den live chat da ich die leute veröffentlicht werde veröffentlicht werde ich bin hier wochen 22 headshot auf mar wo seid ihr so sollte es machen sie haben sie können auf weiterer range sehen also sie sehen weiter zum beispiel wenn du dahinten stehst doch das muss gehen wer macht dass sie hier nur pistolen bei erst gerne ich auch nicht haben gefressen bei einer von euch als leute von einer an die das war nicht so gestört werden nach und ich habe es und ich hoffe zwischen sich ich bin nicht mehr hast du diesen headshot in der luft gesehen zweimal den selben headshot hintereinander noch einmal hattest du hast gerade gesagt genau eine sekunde später ist gestorben ich habe halt gar kein Leben leute wie gesagt ich hatte irgendwelche namen also für die märkte also ich hab ein wenn die mit kronen ich hatte die finanzierung ich hatte diese serie also noch ich kann ein dies nach links unter der ansatzweise gut durch flex 390 nach links als ob ich sie nach rechts ich mach immer rechts ich muss da unten eine welt macht eigentlich kein bock mich ich hab richtig auf so eine eigene mit es ist machen eigentlich nur bocken ja in letzter zeit so eine map zu bauen wie ich bei dir gemacht habe für die tausenden followers bestimmt das macht so richtig wenn micro versucht meint es zu machen ich hab überhaupt nicht so gut ich kann einfach nur um das zu machen diegel diegel woher hast du ne diegel diegel woher hast du ne diegel aus nautomaten auch mal diegel so ich mich nicht ich habe so richtig bocken tausend followers special zu machen hast aber keine und ich hab mich für so hart dass man und die freundin mit 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 weißt du noch wo wir auch immer gezockt haben und dann der und und schupe aber der hat mich und die shops genommen naja ich bin auch fast genommen aber natürlich habe ich die wehle die schwarz getroffen ich habe ihn fast ja 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 bis her und dann war ich das schlechteste spieler der welt habe irgendwie schlecht getroffen die haben die habe ich echt keine dass ich mache jetzt noch eine ich habe keine mehr die 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 die